Heute ist Freitag und Freitag ist Zeit für Inside Markets mit der sehr charmanten Sissi Heitmanek. Ich konnte mich davon persönlich überzeugen, weil ich zuletzt ja Gast bei diesen Interviews war. Und Manuel Koch. Und worum geht es heute? Es geht natürlich um die Allzeithochs der Dow Jones heute. Hurra! 29.000 Punkte. Donald Trump hat sofort getwittert. Das Beste kommt noch. Ja, unbedingt. Das Beste wird noch kommen. Gar keine Frage. Und über das Beste sprechen diese beiden. Nämlich über den DAX, ob er sein Allzeithoch parkt. Über Gold, das noch etwas in Dollar zumindest von seinem Allzeithoch entfernt ist. Aber es geht auch um Palladium. Es geht um Bitcoin. Und es geht vor allem, und das ist die eigentliche Sensation dieses Videos, nämlich, es wird hier aufgedeckt, dass die EZB, weil sie Geld braucht, Werbung auf die Geldscheine drucken muss. Ja, soweit sind wir schon gekommen. Es ist unglaublich, aber natürlich total wahr. Also, Inside Markets. Spannend, oder? Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Welt atmet durch und die Börsen atmen durch, denn alle Zeichen stehen erst einmal auf Deeskalation im Nahen Osten. Und die Börsen, die gehen schon Richtung Allzeithöchststände. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets. Finanzjournalistin Sissi Halbmanek und ich werden euch wieder die Themen der Woche näher bringen. Sissi, ja, und der DAX, der hat erstmal profitiert. Der DAX hat profitiert und hat in den ersten fünf Handelstagen das gezeigt, worüber wir im Dezember schon gesprochen haben. Nämlich, der Januar-Effekt zeigt so ein bisschen an, wie das Jahr werden sollen. Und die Prognosen, die haben gesagt, dass 2020 schwierig wird. Womöglich mit Berg- und Talfahrten, weil einfach so viele Unsicherheiten im Markt sind. Ja, Manuel, genauso waren die ersten fünf Tage. Ja, man guckt da auf die ersten fünf Handelstage und wenn die positiv verlaufen, heißt es statistisch gesehen bei 83 Prozent beim Dow Jones zum Beispiel, dass der dann auch der Index am Ende des Jahres positiv enden wird. Und da wir ja auch schon in den ersten fünf Tagen so eine kleine Berg- und Talfahrt gesehen haben, ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass das ganze Jahr holprig wird. Und auch die sicheren Häfen waren ja dann auch schon gar nicht mehr so auf den Höchststempen. Ja, klar, die sicheren Häfen. Da denkt man als erstes an Gold. Und Gold hat natürlich ein unglaubliches Jahr in 2019 hingelegt. Die Prognosen zu Gold sagen, dass Gold weiter steigen könnte, aber so ein Jahr wie 2019 sehr wahrscheinlich nicht hinlegt. Aber seien wir ehrlich, Gold ist eine ganz spezielle Anlage. Die kann jederzeit steigen aus Krisen heraus oder eben aus einer großen Nachfrage heraus. Aber Gold ist auch schon in manchen Jahren links liegen gelassen worden. Aber dieses Jahr soll ja ein bisschen von Unsicherheiten dominiert werden. Also da werden viele Krisenwährungen vielleicht gefragt sein. Hier an der Börse hofft man ja auch noch auf ein paar Neuzugänge, auf Börsengänge. Letztes Jahr war es ja ein bisschen mau. Dieses Jahr hofft man auf zehn neue Unternehmen zum Beispiel auf die Sparten von Siemens und Continental. Also da reden wir von Siemens Energy und Vitesco oder auch die Aufzugssparte von ThyssenKrupp könnte ein Kandidat sein. Also das könnte hier auch noch mal ein bisschen Leben in die Bude bringen. Bevor wir gleich weiterreden, schauen wir erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Und wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, dann schaut einmal auf die Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Die sind kostenlos und das nächste ist am kommenden Montag in Berlin. Da bin ich dann auch mit dabei und schau mal vorbei. Danach geht es weiter nach Frankfurt, München, Hamburg, Köln, nochmal Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt. Also ihr seht, wir kommen da in alle großen Städte und wenn ihr da mehr Informationen wollt, dann schaut doch auch auf die Webseite trading-house.de. Sissi, wir haben noch ein anderes Thema, wo vielleicht auch wieder so ein Unsicherheitsfaktor aus dem Markt rausgehen könnte. Der Brexit, das Unterhaus hat jetzt endlich zugestimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Abstimmungen es da gab, aber es ist durch. Jetzt muss noch das Oberhaus zustimmen, aber es sieht alles danach aus, dass am 31. Januar wirklich der Brexit kommt. Danach sieht es tatsächlich aus und wenn man ehrlich ist, der Brexit hat seinen Schrecken verloren. Hier mindestens auf dem Kontinent, in jede Richtung, auch wenn es einen Harten gäbe oder jede andere. Ich glaube, es ist alles langsam eingepreist, aber wir sind froh, wenn alles geregelt ist. Und dann gibt es noch das Übergangsjahr, fast ein ganzes Übergangsjahr, in denen die Briten in der Zollunion bleiben dürfen. Da wird erstmal weiter verhandelt. Wir haben auch noch ein paar Konjunkturdaten bekommen, aber die sahen gar nicht so gut aus. Ja, bei der Industrie knirscht es weiter. 2019 war schon ein schwieriges Jahr und 2020 bahnt sich jetzt erstmal auch nicht so richtig stark an. Woran liegt das? Klar, der Brexit, die Handelsprobleme im letzten Jahr und natürlich insgesamt gab es eine Abschwächung in der Weltwirtschaft. Das macht sich in der Industrie bei uns natürlich besonders bemerkbar und seien wir ehrlich, ganz viele Gewerke müssen sich einfach neu aufstellen. Das kostet viel am Anfang und wird sich hoffentlich irgendwann dann aber auszahlen, Manuel. Ja, wir sehen aber auch da muss wahrscheinlich noch einiges passieren, dass die Wirtschaft wieder auch global ein bisschen angefeuert wird. Und wir schauen jetzt erst einmal auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsen Akademie. Die erste Empfehlung, auf die wir schauen, ist der Bitcoin. Und wenn wir das hier schon sehen, da geht es aber ordentlich nach unten, Sissy. Ja, die letzten Jahre waren da jetzt seit dem Hype in 2017 ziemlich schwierig für Anleger. Da musste man einiges einstecken können. Und jetzt hat der Bitcoin deutlich zugelegt, wie andere Kryptowährungen übrigens auch. Viele vermuten, das liegt jetzt an der Zeit, in der man sich Sorgen um diese mögliche Kriegssituation gemacht hat. Das muss aber nicht sein. Gerade der Bitcoin hat in diesem Jahr noch eine Situation, die alle vier Jahre auftaucht. Nämlich da wird seine Zahl halbiert. Und dementsprechend könnte es auch sein, dass man auf diesen Termin im Mai jetzt zusteuert und der Bitcoin dementsprechend noch weiter ausbrechen könnte. Die Analysten der Trading House Börsen Akademie sehen da jedenfalls durchaus eine Chance. Allerdings Einstieg per Buy Limit Order bei 7500 US-Dollar heißt eben nicht jetzt einfach reingehen, sondern das wäre der Punkt, an dem man damit rechnen darf, dass der Bitcoin womöglich weiter ausbricht. Dann ein Kursziel vielleicht von 9500 US-Dollar anpeilen könnte. Das hatte er hier in etwa. Das ist diese Schwelle. Und ein Stopp-Kurs sollte bei 7000 US-Dollar gesetzt werden. Aber man muss klar sagen, Kryptowährungen sind nach wie vor etwas für sehr risikoreite Anleger und für welche, die sich damit wirklich beschäftigen. Ja, und viele sagen, wenn sollte das nur ein ganz kleiner Prozentsatz sein, den man da investiert und nicht da sein ganzes Vermögen einmal auf die ganze Karte zu setzen. Absolut, absolut. Ja, wir haben auch noch eine zweite Empfehlung. Das ist Palladium. Da geht die Kurve in die andere Richtung. Ja, Palladium ist ein richtig spannendes Edelmetall, nämlich ein Edelmetall, was ganz stark in der Industrie verwandt wird. Es gehört zu den Platinmetallen, ist aber nicht ganz so teuer und wird vor allen Dingen in Katalysatoren zu 80 Prozent verbaut. Medizin und auch in der Elektroindustrie braucht man es. Und daraus folgert jetzt, dass es auch relativ rar geworden ist. Also man fürchte, dass es ausgehen könnte und sowas treibt natürlich den Kurs. Und das sieht man hier sehr deutlich. Im letzten Jahr ging es da schon steil nach oben. Aber die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen da durchaus weitere Chancen, dass der Kurs, der eben immer noch in einem intakten Aufwärtstrend ist, weiter steigen könnte. Also Einstieg beim Market Buy Order würde heißen, zu aktuellen Kursen könnte man einsteigen. Kursziel bei 2.155 US-Dollar und ein Stop-Loss sollte bei 1.910 US-Dollar auf jeden Fall eingezogen werden. Palladium ist als Edelmetall trotzdem eine risikoreiche Anlage. Man sieht ja auch, der Kurs ist stark gestiegen, ist von vielen Komponenten abhängig, ob dieses Metall weiter steigt. Also auch da gilt, ähnlich wie für den Bitcoin-Manuel, mit kleinen Positionen sich vielleicht da mal ranwagen. Das ist die eine Sache, wollte ich dir noch zeigen und euch natürlich auch. Das habe ich im Internet diese Woche gefunden. Die EZB druckt jetzt Werbung auf ihre Geldscheine, weil die so viel drucken muss, dass man langsam da ein bisschen die Druckkosten wieder reinkriegen muss. Wie gefällt dir das? Es geht so, Manuel. Ich hatte gehofft, dass du in diesem Jahr aufhörst, Cola zu trinken. Nicht mal, dass es passiert. Ich glaube, ich befeuere das noch ein bisschen an. Das ist natürlich hier eine Satire-Webseite, aber eine ganz nette Idee und warum nicht? Vielleicht kommt das irgendwann mal. So und damit sind wir auch schon wieder durch. Die erste richtige Sendung in der ersten vollen Handelswoche des Jahres. Und wir werden für euch das ganze Jahr hier jeden Freitag wieder sein. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, kommentiert unser Video und dann sind wir nächste Woche wieder da. Ja, ein schönes Wochenende bis dahin. Die Tage werden ja jetzt endlich wieder länger. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsen Akademie.